Oh Patti, mach mal deine Augen auf und so mal mit. So, jetzt können wir hier raus. Ich hab doch gewusst, dass es hier noch irgendwo liegt. Ach, haben wir schon ziemlich, wir haben echt schon ziemlich viel Ruhm eingesackt, ey. Ich müsste mal meine Feuerwaffe auf jeden Fall noch verbessern. Jetzt gehen wir erstmal zu dich und diesen Leuchtturmfuzzi hoch. Jaaa, checkst du. Bevor der mich jetzt sieht, schleiche ich hier mal in Ruhe rein und klaue hinein. Die Piraten raubten alles bis auf den letzten Penny. Der Handschuh. Hi, Jack. Ahoy, Junge. Lässt du dir den Wind um die Nase wehen? Ich bin Jack, der Turmbächter. Bin früher selbst zur See gefahren. Und jetzt machst du dir einen ruhigen Lebensabend. Ha, schön wär's, Junge. Ruhig ist hier gar nichts mehr. Nicht seit die Termiten hier aufgekreuzt sind. Termiten? Wie? Ja, und jetzt kommst auch noch du und ich frage mich, was du willst. Ich will dir jedenfalls keinen Ärger machen. Ich suche nach Captain Stahlbart. Na, wenn das so ist, dann sind so ein paar Termiten bestimmt kein Problem für dich. Wegen der Termiten? Wegen der Termiten. Ja, die Mistviecher lassen mich einfach nicht in Ruhe. Hier muss irgendwo ein Nest sein. Ich hab das Termiten-Nest erledigt. Da bin ich dir aber dankbar, Junge. Wie dankbar genau? Ja, ja, schon gut. Der alte Jack braucht ja kein Gold. Noch was. Falls du's noch nicht gesehen hast, da liegt ein Buch in meinem Turm. Könnte dich interessieren. Du kennst bestimmt viele Geschichten. Du kennst bestimmt viele Geschichten. Natürlich. Und sie sind alle wahr. Erzähl mir mal was. Erzähl mir mal was. Von Takarigua. Ist ne schöne Insel. Ruhig und beschaulich. Genau das Richtige für so'n Seebär wie mich. Die Inquisition war zuerst hier. Als die Piraten Wind davon kriegten, dass hier Zucker abgebaut wird. Man muss sich hier niedergelassen. Und das Beste ist, er brennt seinen Rum aus ihrem Zucker ab. Und von den Piraten? Von den Piraten. Als die Inquisition stark wurde, haben sich die Piraten zusammengeschlossen. Alvarez hat damals den Rat der Kapitäne gegründet. Seitdem nennen sie ihn den Admiral. Aber irgendwas muss passiert sein. Denn jetzt gibt es Krieg unter den Piraten. Ein Kapitän kämpft gegen den anderen. Was ist da los? Die Junge frag mich nicht. Ich bin zu alt für Krieg. Ich bin froh, wenn ich meine Ruhe hab. Und überschätze? Überschätze. Geschichten überschätze wirst du so einige hören, wenn du aufmerksam bist. Neben Goldentruhen gibt es viele legendäre Gegenstände, die über die ganze südliche See verteilt sind. Was sind das für Gegenstände? Besondere Gegenstände. Jeder von ihnen birgt ein Geheimnis. Jeder hat seine Geschichte. Aber allen ist gemein, dass sie ihrem Träger gute Dienste leisten. Von denen musst du dir unbedingt welche zulegen. Schon mal den Namen Mara gehört? Schon mal den Namen Mara gehört? Was sagst du da? Sprich diesen Namen nicht aus, das bringt Unglück. Ach komm, das ist doch Aberglaube. Hüte deine Zunge. Es gibt sie, die Wesen aus der Tiefe. Sie werden angelockt von denen, die ihren Namen rufen. Was weißt du darüber? Schluss jetzt! Darüber spreche ich nicht. Und du solltest das auch nicht. Jetzt habe ich endlich Ruhe. Alles Klärchen. Vom Schlösser knacken verstehe ich nichts. Und jetzt geht's wieder zurück. Oder was machen wir jetzt? Hier ist Vagus Turm. Ich geh jetzt mal nach Puerto Rico. Und hol mir mein Gold für die Köpfe ab. Ich habe hier ein paar Köpfe für dich. Ich habe hier ein paar Köpfe für dich. Heike, das ist ja barbarisch. Du wolltest doch die Köpfe haben, oder nicht? Ja, ich hatte erwartet, dass du mir ihre Leichen bringst. Nicht, dass du ihnen die Köpfe abhangst. Ach, aber von einem Burschen wie dir sollte man auch nichts anderes erwarten. Nicht wahr? Wie auch immer, hier ist deine Belohnung. 100 Goldstücke. Pro Kopf. Zeig mir dein Angebot. Ich verkaufe jetzt erstmal meine Machete. Die zwei Sperre. Das hier. Den Glücksbringer. Dann. Ein paar Pflanzen. Diese fünf Leuchtturten. Zwei Perlen. So, mal schauen, was sich in diese Muscheln verbirgt. Nichts. Hier gibt's nichts zu holen. Geht doch. Naja, immerhin. Zeig mir dein Angebot. Hm, was könnte ich kaufen? Ich könnte mir vielleicht neue Schuhe kaufen. Dann hole ich mir mal edle Schuhe. Zieh sie mir mal an. Oh mein Gott. Ach du Scheiße, wie schau ich denn jetzt aus? Naja. Zeig mir dein Angebot. Das war vielleicht alles für eine gute Ausrüstung. Gute Ausrüstung. Sollte ich in der Taverne von Takarigur finden. Weststrand Antiguars? Aber wir sind nicht in Antiguar. Taverne von Takarigur. Hm. Hm. Auf jeden Fall hole ich mir jetzt mal. Gott. Ach, das sind glaube ich die Sklaven oben. So Largo. Mach mich zu einem guten Dieb. Mach mich zu einem guten Dieb. Mach mich zu einem guten Dieb. Es ist alles eine Frage des Goldes. Also Tipps, Anfänger. Dafür bin ich nicht gut genug. So gut bin ich auch nicht. Ach, ich weiß warum. Später. Ich muss hier tatsächlich meine Gerissenheit verbessern. Mach mich zu einem guten Dieb. Es ist alles eine Frage des Goldes. Hast du ein paar Tipps für Anfänger? Wenn einer sieht, wie du was klaust, wird er dich in der Regel direkt angreifen. Manche Typen sind aber auch Weicheier. Die sagen vielleicht was, machen aber nix. Die meisten Frauen sind auch so drauf. Achte einfach darauf, wer ne Waffe hat. Keine Waffe, kein Problem. Kapiert? Liebeskunst eins. Juhu. Später. Jetzt muss ich doch schauen, dass ich meine Gerissenheit auf vier zumindest krieg, um Schlösser knappen zu können. Zeig mir die Sachen. Wie kann ich den jetzt sein Zeug klauen? Moment, Largo, wie bekomme ich die Perle? Wie komme ich an die Perle? Verstehst du was vom Taschendiebstahl? Tja, kein Problem. Ich kann dir einiges über das Diebeshandwerk beibringen. Karte hat Largo, schwarze Perle für sich behalten. Wenn ich an den Ohrräumen kommen will, muss ich Taschendiebstahl herrschen. Das heißt, ich brauche noch ein bisschen Gold. So wie es aussieht. Ich gehe jetzt mal zum Piraten-Nest. Ach, Patty. Was? Ich glaube, das ist jetzt ein Grafikfehler. Ah. Albus. Ich bringe dir die Zuckerlieferung. Ich bringe dir die Zuckerlieferung. Was war das Problem? Termiten. Große, böse Termiten. Junge, du bist zu gebrauchen. Bring das Zeug gleich zu Alistar. Der wird sich freuen. Ähm. Ach so. Danach kommst du wieder runter. Dann stoßen wir an und du kriegst deinen Sack Gold. Sehr schön. Und die Sache mit Diffuego ist erledigt. Die Sache mit Diffuego ist erledigt. Zu welchem Preis? Spielt das eine Rolle? Ha. Hast bei Pedro abkassiert? Den alten Sack runtergehandelt und den Rest für dich behalten? In dem Fall hast du deine Belohnung ja schon eingestrichen. Aber ich habe heute meinen großzügigen Tag. Hier. Nimm fünf Flaschen vom besten Takariguarun. Hat der aufgeblasene Sack noch was gesagt? Er sagte, ihr sollt aufhören, seinen Zucker zu klauen. Er sagte, ihr sollt aufhören, seinen Zucker zu klauen. Ha. Genauso gut könnte er einem Gnom sagen, er soll keine Sachen mehr sammeln. Wir machen natürlich weiter. Pedro wird in Zukunft bestimmt vorsichtiger sein. Prost. Leute. Unser Nachschub ist gesichert. Die nächste Runde geht auf mich. So, jetzt gehen wir mal zu Alistair. Alistair. Hallo, Alistair. Lola. Du hast dich ja schon lange nicht mehr blicken lassen. Dann sieh dir mal alles in Ruhe an. Ja, du wirst jeden Tag hübscher. Gefällt dir, was du siehst? Ich bringe neuen Zucker. Ich bringe neuen Zucker. Musst du ausgerechnet jetzt damit ankommen? Na ja, immerhin. Der Zucker ist wichtig für uns. Jetzt können wir wieder brennen. Und noch was. Du hast uns zwar den Zucker gebracht, aber das heißt nicht, dass du machen kannst, was du willst. Du darfst hier oben sein. Aber geh nicht ins Zimmer von Boos. Erwische ich dich da drin, gibt's ein Satz heißer Ohr. Ja, ja. Wie genau wird rumgebrannt? Wie genau wird rumgebrannt? Das will jeder wissen. Und viele haben's probiert. Es war die Zeit der explodierenden Kessel. Seitdem sind wir vorsichtiger geworden. Nur wenn du wirklich bereit bist, kannst du unser Handwerk lernen. Woran merke ich, dass ich bereit bin? Wenn du dich von tausend Goldstücken trennst, dann bist du wirklich bereit. Genieß es. Jeden Augenblick. Ellie, lass dich bloß nicht erwischen. Was? Du bist anscheinend neu hier. Also bleib lieber unten. Warum? Weil Boos oben sein Zimmer hat. Und Alistair passt drauf auf. Erst letztens hat irgendwer versucht, das Zimmer von Boos zu plündern. Das war ne ganz schlechte Idee. Was machst du hier? Was machst du hier? Ich bin Elia. Ich brenne Schnaps. Kennst du Rezepte? Klar. Natürlich nicht alle. Momentan versuche ich mich an Bloody Mary. Das ist harter Stoff. Welchen Effekt hat Bloody Mary? Wenn du am Boden bist, gibt's nichts Besseres. Das Zeug baut dich wieder auf. Lass es einfach wirken. Kann ich einen haben? Geh zu Boos. Kannst du mir das Bloody Mary Rezept besorgen? Die wichtigste Zutat ist die Blutwurzel. Wenn du mir zehn davon bringst, kriegst du das Rezept. Na toll. Ich bring dir die Wurzeln und dann stehe ich mit leeren Händen da. Hey, nichts ist umsonst. Aber du musst nicht alles sammeln. Ich habe meine Quellen. Woher kriegst du die Wurzeln? Ich habe da einen Deal mit Colby laufen. Einer von den Wasserträgern. Er besorgt mir Blutwurzeln und ich lass dafür rumspringen. Aber er hat sich schon länger nicht mehr sehen lassen. Er hält jetzt Wache am Tor. Ach so. Du kannst ihn ja mal fragen. Vielleicht hat er ja noch welche für dich. Ja, das werde ich jetzt wohl machen. Jetzt gehe ich erstmal runter und sacken mein restliches Gold ein. Und dann werde ich mich mal um... Ähm... Um die zehn Blutwurzeln kümmern. Trinken wir. Auf den Mann, der uns den Zucker gebracht hat. Und hier ist das versprochene Gold. Was ist mit dem Rum für Stahlbart? Wir haben Zucker. Wir haben Wasser. Also an mir soll's nicht liegen. Du kannst ihm ausrichten. Ich bin bereit, über den Preis zu verhandeln. Kannst du mir was beibringen? Was willst du denn wissen? Ich brauche mehr Rum. Natürlich. Hm. Kann ich denn irgendwas verkaufen, was ich habe? Nein, kann ich nicht. Sechs Flaschen Rum habe ich. Wow. Jetzt gehe ich erstmal zu Colby. Vielleicht habt ihr ein paar Wurzeln für mich. Dann gehe ich mal kurz ans große Tor. Hey Colby. Ich hörte, du sammelst Blutwurzeln. Ich hörte, du sammelst Blutwurzeln. Jetzt nicht mehr. Hast du welche? Für gewöhnlich lasse ich mir die mit Rum bezahlen. Drei Wurzeln für eine Flasche. Ich gebe sie aber nur alle auf einmal raus. Hier. Prost. Mehr habe ich nicht. Jetzt musst du wieder selber pflücken. Also jetzt brauche ich nur noch eine einzige Blutwurze und dann habe ich schon alle zusammen. Und dann habe ich noch einen Blutwurzeln. 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 Vielen Dank.